Ja, meine verehrten Zuschauer, herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video. Großes Entsetzen im Westen, Russland und Georgien, die ja noch im Jahre 2008, vor 15 Jahren, noch gegeneinander Krieg geführt haben, nähern sich nun Schritt für Schritt langsam wieder an. Georgien hat sich ja auch schon bekanntlich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt, welche der Westen eingeführt hat. Und nun hat Russland vor circa einer Woche die visafreie Einreise von georgischen Staatsbürgern nach Russland wieder erlaubt. Wovon natürlich auch viele Georgier profitieren werden, weil sie entweder selbst in Russland leben, irgendwie in Russland arbeiten, Verwandte in Russland haben, wie auch immer. Auf jeden Fall wird das eine große Gruppe sein, die davon auch profitieren wird. Und nun kam heute auch die Meldung, dass nun auch der Flugverkehr zwischen beiden Ländern wieder aufgenommen wird. Eine entsprechende Genehmigung gab es zuerst von der russischen Regierung und dann eine Anfrage an die georgische Regierung. Und heute kam eben die Meldung, dass die georgische Regierung dies auch nun genehmigt hat. Und das trotz der ganzen Kritik aus dem Westen an der georgischen Regierung. Auf jeden Fall ist es definitiv ein Schritt, von dem beide Länder und auch beide Völker ohne Zweifel profitieren werden. Also im Fall von Georgien ist es natürlich auch positiv für die eigene Wirtschaft. Und natürlich auch für die einfachen Leute wird auch jetzt zusammen mit der visafreien Einreise nach Russland und dem wiederhergestellten Flugverkehr auch das Leben in sehr vielerlei Hinsicht erleichtert. Und natürlich profitieren davon auch die russischen Bürger, ganz klar, die vor allem auch viel reisen zwischen verschiedenen Ländern, nach Europa reisen beispielsweise und zurück und ähnliches. Denn natürlich ist es auch völlig offensichtlich, dass dadurch, dass es jetzt eine weitere Fluglinie gibt, die Leute, die jetzt nach Russland oder aus Russland reisen, dadurch auch mehr Flexibilität haben. Und dadurch, dass es jetzt allgemein auch ein größeres Angebot gibt für Flüge nach Russland und aus Russland raus, ist auch sehr stark davon auszugehen, dass die Preise für die Flüge auch insgesamt günstiger werden für die Leute. Und für Russland insgesamt kommt auf diese Weise nochmal ein weiterer Kanal dazu, über den man potenziell die Sanktionen umgehen kann, nicht nur was den Flugverkehr betrifft. Für den Westen allerdings ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, nachdem man so viel Geld und so viel Aufwand da investiert hat in verschiedene Farbrevolutionen in Georgien, in Kriege, in Gehirnwäsche bei den Leuten dort. Da kommt jetzt auf einmal sowas. Das löst natürlich jetzt im Westen logischerweise keine Begeisterung aus. Was die georgische Regierung betrifft, so habe ich das schon mal gesagt und sage es heute wieder, also in keiner Weise ist dies irgendwie eine pro-russische Regierung, nicht mal im Ansatz. Das ist genauso eine pro-westliche Regierung, die nach eigener Aussage eine Annäherung Georgiens an die EU und an die NATO anstrebt. Der einzige Unterschied zu deren Vorgängern, zu der Regierung von Saakashvili, also zu der georgischen Version quasi von Zelensky, ist, dass sie zumindest in einigen Aspekten versuchen, irgendwie die eigenen nationalen Interessen zu verfolgen und durchzusetzen. Und man kann das natürlich jetzt drehen und wenden, wie man will. Man kann das jetzt mögen oder nicht. Aber enge Wirtschaftsbeziehungen Georgiens zu Russland ist nun mal ganz klar im Interesse Georgiens und der Menschen in Georgien. Bemerkenswert ist hier, wie ich finde, dass es ein kleines Land wie Georgien scheinbar schafft, in einzelnen Aspekten seine eigenen nationalen Interessen durchzusetzen. Und auf der anderen Seite das große und wirtschaftlich immer noch starke Deutschland schafft es nicht, seine eigenen Interessen durchzusetzen und folgt auch häufig entgegen ihrem eigenen Interesse den Anweisungen, die sie in erster Linie aus den USA bekommen. Und das sagt, wie ich finde, auch schon sehr viel aus. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.